Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer Folge von Shellshock Lite! Dieser bin ich nicht alleine dabei. Diesmal ist ein Gast dabei. Hallo den Kirito und wer Shellshock nicht kennt, das ist Art wie Worms nur mit Fanzas und andere Waffen zum Beispiel. Gretor, Hilfe, das war ne Scheißbeschneiung. Beste Waffe in meinem Leben. Ich hab ne Scheißwaffen. Ich muss aber deine Rute rausfinden. Ja. Hat er ne Rute, I-Nitzen. Ja, der kribbelt mich, genau. Das ist doch Döse. Gretor, so'n Typ verändert jedesmal seine Ruten. Deswegen hab ich auch Far-Skill gelevelt. Far-Far-Skill gelevelt. Oh, als Ort, das ist böse. Das ist voll gut. Weil du mich schon einmal getroffen hast und ich dich nicht. Ich muss es jetzt nur so treffen, wie ich es denke, was ich es jetzt denke. Wer ist? Regen, das ist zu stark. Regen-Bogen. Regen-Bogen. Oh, Leute, warum hab ich jetzt bieten gekürzt? Oh mein Bauch. Oh mein Bauch. Oh mein Bauch. Was hast du dann vergessen? Oh Gott. Einen Döner wie oft noch? Uuuuuh. Das will bis jetzt nur einmal gesackten. Und zwar jetzt. Du musst jetzt mal ein Trickshot. Du musst den Teleporter und das double damage. Das hat sich Teleporter gemacht. Hab ich doch. Aber den Teleporter hast du vergessen. Ach so. Ich könnte euch bald mal hinten fahren. 220 Damage hätte ich jetzt machen können. Ah, mein Auge. Sorry, wir husten. Ich habe jetzt das mal gehalten. Ich habe ja eben mit einem Kumpel noch schlecht gespielt. Und der hat einfach mal... Unser Gegner hatte eine Nuke. Mein Gott, der hat einfach 400 Krit in die Fresse bekommen. Du müsstest euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. 400 ist kein normal. Ja, ich weiß. Normal geht es 200. Komm mir nicht nach, ich bin schwul. Hast du etwa was gegen Kuhl oder was? Nein, habe ich nicht. Ja, 110 Schaden. Das finde ich böse von mir. Deswegen bin ich auch zu dir gekommen. Ja, genau. Ja, genau. Oh, du auch? Ja, okay. Mein gesamtes Glück, ja, hängt es bei dieser Waffe aus, ja. Oh, nee, nicht das Kleblatt. Nein, bitte. Nein, was anderes. Alter, wie zieht ihr mich doch mitnimmt. Ich wäre so oder so draufgegangen. Gewonnen. Yee. Und gleich noch eine Runde machen. So, habt ihr gesehen, wie gut ich bin. Also scheiße. Oh, ich habe wieder was. Ganz todes für dich. Die Frage, warum fang ich eigentlich schon gerade wieder an? Frage ich mich auch. Ich weiß nicht, ob das was aktivieren soll. Oh, komm. Das ist so fun. Ah, ich habe es gewusst. Ah, ja. Ah, Bobby, Bobby. Ah, ich wusste. Ich habe es so gewusst. Ja, war das nicht Multinade? Ja, was? Stimmt, ich habe die ja. Oh, nice. Ich bin noch nicht so nah. Komm, bitte nicht so nah. Was hast du für ein Foskel? Fui. Achso. Oh, nee. Sag bitte, bitte. Ich sag mal, die Rute verändern. Bitte nein, 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 nein. Ich habe irgendeinen Olaf. 110 Schaden. Und ich bin wieder weg. Faktisch. Du bist bei mir im Fallen, da hast du wieder geschossen. Du bist bei mir heute. Ja, du war mir auch. Kannst du mal aufhören, zu mir nachzukommen? Danke. Das finde ich ein bisschen scheiße von mir. Ja, der Goose hat getroffen. Alter. Hier, alles. Das ist so typisch. Ich möge Tiere sehr. Was? Willst du mal bitte da stehen bleiben? Ich will eine Waffe. Ich frage, ob das dich... Kannst doch bitte. Okay. Wett nicht. Finde ich nicht cool von dir. Finde ich auch nicht cool, dass du immer zu mir kommst. Oh. Du triffst das selber, ja. Ne, doch nicht. Ich habe gedacht, das war gut. Jetzt verliere ich wohl. So. Als es ist, kriegst du noch das ins Müll. Halbste, dass man kann. Nein. Wolltest du mich oder was? Okay, ich habe gedacht, das Luft war ein bisschen größer. Jo. So, das stellt sich das immer vor. Wieso macht das jetzt so 8 Schaden? Was dann? Das Starfire, was ich eingesetzt habe, macht sonst immer 10 Schaden. Ich verstehe nicht, warum das jetzt 8 Schaden gemacht hat. Äh, bitte mal nicht zu nah kommen, weil ich will nicht vereint sein. Aber ich habe Angst, dass du immer einen Deckel hast. Tja. Wie immer noch zu mir kommt einer. Ja, wenn ich einen Heavy Napalm habe. Ja, gute Idee, ich habe mich so kaputt. Das ist fix. Endlich. Oh, mein Name, Kaffee. Was hast du gegessen? Das ist Wahnsinn, oder? Gibt es überhaupt? Ja. Aber nur einmal. Kaputt zurück. Einen auf. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Ich weiß nicht, dass dieses Ding alles ist. Ist das wohl? Uh-huh. Ich habe mir gerade aufgestellt, dass ich etwas anderes erst mal schließen soll. Was denn? Was ist damit, dich deine Route finde? Das hat wehtun. Ich hätte mich schon der Wand mehr wegbewegen sollen. Na gut, braut keiner hin. Das hat wehgetan bestimmt, oder? Sag bitte ja. Oh, jetzt war das Dämmig, das ist peinlich. Also hat es doch nicht wehgetan. Kifft mich. Trifst das überhaupt? War im Tacken zu low. Also, hat er gesehen, hat getroffen. Hm. Ich würde gerne die Waffe einsetzen, ich will dir die mal zeigen. Aber dafür müsstest du in einem Loch stehen oder auf einem geraden Untergrund. 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 Biegen! Trifft mich! Nein, meine größte Schwäche! Wenn sie treffen würde. Musstest du da jetzt ein Loch reinhauen? Ja. Das war außer Seen. Ja, genau. Das ist unfair. Ich glaube, die Kugeln wären jetzt nicht so, dass da wir damit schmecken. Ich glaube, die Kugeln wären jetzt nicht so, dass da wir damit schmecken. Weißt du was? Äh, brrrr. Ich will mal, ich will mal da schlechter kommen. Äh, haupte so sogar. Nein! Ich gebe ein Tipp, es gibt ein Getränk, nennt es das Zielwasser. Was hast du gesagt? Ja, okay, ich nehm zurück. Ich, ich, eigentlich bin es Katzen-Päundlich, aber... Tickel! Okay, 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 okay. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht, was? Du hast ja schon verstanden, dass du das haben willst. Das kannst du nicht, was? Das kannst du nicht, was? Was für ein Versuch war das gerade? Bevor du das nimmst? Ein Kleeblatt? Oh, ich hab sie gerade zurück. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Scheiße, er trifft mich. Skill Shot. War alles geplant. Okay, jetzt gönn der. Wird dich zwar so wenig treffen damit. Mach ich es einfach. Aber... Du musst das selber damit. Oh, ich hab davon versichern, Mama. Autsch. Yay! Tim, ich tues. Ich tues. Ich tues. Ich tues. Hör auf, was sie macht. Tim, tues. Okay. Ich tues, wirklich. Ich will gucken, was es kommt. Ich will gucken, was es kommt. Ich will gucken, was es kommt. Okay, jetzt hat's dann ledig. Ballern! Pack der Scherner auf. Was war das denn? Äh, Schockshade. Ja, Schockshade, okay. Gigi. Das war übrigens Godraids, was ich auf dich geschossen hab. Ja, ich weiß. Ich krieg halt süßes Penetrate. Penetrate. So, Leute, das war's doch mal jetzt mit dem Video. Ich weiß jetzt nicht, wie es später ist. Hey, wieso? Komm, noch ne Runde. Deine Zuschauer verlangen noch ne Runde. Eigentlich ist ja kein Schockfehler. Die letzte Runde für heute. Ja. Und dann, wenn wir für deinen Kanal auch da. Ich kippe. Jedenfalls für Zune die letzte Runde. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Keine Ahnung. Muss ich sagen. Musst du sagen. Ich hab ne Superkarte. Und ich hab ne Rasierer. Oh nein, er rasiert mich. Er rasiert mich. Er rasiert mich. Nimm mich nicht. Mit dem Waste. Du 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 du. Darauf halt den Mann nicht. Oh fuck du. Das hätte ich getroffen. Und hat Manu, hat sich das mal eine Hunde jetzt verändert? Okay. Das kriegst du zuerst in der Mund. Dann kommt die Superkarte. Mami! Ich dachte Grand Final oder so. Wenn ich hätte einen. Warum kommst du nochmal vor meine Fresse? Für den. Okay. Wow. Die Weiterentwicklung macht viel Schaden mehr. Oh. Die Sub-Sniper. GG. Ich hab einfach. Ja, Sniper macht nur auf Distanz Schaden. Ja, hab ich Gott auch gehört. Du Penner. Das war übrigens die Superkatze. Au 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 au. Und hab das Spide-Main-Watt angekommen. Lukas. Ich will, ich will dass deine Folge noch versaut wird. Schau mal wo. Du stehst auf einem langen Ding. Ha. Ha. Sorry, der muss springen. Äh, ich weiß nicht was das Einsetzen sagt. Bitte töte mich nicht. Kann ich schon irgendwer mal Finoble sehen? Hey, die ist schon Max-Ort. So Leute, da sieht man wer der Gewinner ist. Oh mein Mann. Endier an dich. Endier an dich, okay. Okay Leute, das war's mit der Folge. Und, 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 und. Abonniert mich. In der Beschreibung steht der Link dafür. Nein. Nee, sagt er ja nur mit drei Videos. Okay, ist jetzt. Ja, also Leute, schaut jetzt bei seinem Kanal rein. Auch wenn er nur drei Videos hat. Also haut rein. Ciao. Ciao.